Ralf Füchs ist Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung und seit 1982 bei den Grünen. Schön, dass Sie heute beim Tagesgespräch sind. Wo waren Sie denn? Damit möchte ich beginnen im März 1983, als die Grünen in den Bundestag einzogen. Da war ich noch Bremer Provinzpolitiker, war Nachrücker für die Bremer Bürgerschaft und habe mich mehr mit Bremer Regionalpolitik befasst. Aber ich habe natürlich schon ein sehr interessiertes Auge nach Bonn geworfen. Das war für uns alle natürlich ein historisches Ereignis. Wir hatten das Gefühl, das ist eine Zeitenwende, der Beginn einer neuen Epoche, als diese bunte Truppe der Grünen in den Bundestag eingezogen ist, begleitet von Freunden und Gästen aus aller Welt, um auch zu demonstrieren, das ist nicht nur eine nationale Sache, sondern das ist Teil einer globalen Bewegung. Wie lange haben Sie denn diese Euphorie und die Begeisterung, die man ja jetzt noch aus Ihren Worten hört, wie lange haben Sie behalten und wann setzte bei Ihnen so eine gewisse Ernüchterung ein und wann setzte bei Ihnen so eine Anpassung an Tagesgeschäft an und wann haben Sie das Gefühl gehabt, dass die Grünen etabliert sind? Das mit dem Tagesgeschäft, das ließ noch eine Zeit lang auf sich warten, obwohl wir ja in Bremen damals schon in der zweiten Periode im Parlament waren und erste parlamentarische Erfahrungen machten. Aber die Grünen waren noch lange in einer Gärungsperiode. Es gab massive interne Konflikte, im Grunde zwei oder drei Parteien in einer. Es gab eine Strömung, die eigentlich gar nicht interessiert war an Parlamentarismus und Reformpolitik, die Fundamentalopposition betreiben wollte. Und es gab eben die Reformer, die schon auf Regierungsbeteiligung und politische Gestaltung zielten. Das dauerte noch eigentlich bis Anfang der 90er Jahre, bis die Grünen die Formation gefunden haben, die man heute kennt. Und das waren sehr, sehr bittere und harte interne Konflikte. Das war alles andere als eine schöne Zeit in der Rückschau, aber es war eine unglaublich lebendige Zeit. Wenn wir jetzt einen Zeitsprung machen in den Bundestagswahlkampf 2013, dann stellt sich ja, nicht plötzlich, sondern wieder die Frage der Koalitionsmöglichkeiten. Ob es für Rot-Grün reichen wird, ist ungewiss. Glauben Sie, dass es auch zu schwarz-grünen Gesprächen kommen wird, wenn die Zahlen das vorgeben? Das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei. Für die Grünen ist völlig klar, wir wollen die jetzige Bundesregierung komplett ablösen. Wir wollen auch Frau Merkel als Kanzlerin ablösen. Sie ist ja verantwortlich für die Politik dieser Koalition, auch wenn ihre persönlichen Popularitätswerte sehr viel höher sind als die ihrer Regierung. Ich halte das auch durchaus für möglich. Es ist noch viel Dynamik. Wir haben noch mehr als ein halbes Jahr bis zur Wahl. Und wenn es tatsächlich nicht reichen sollte am Wahlabend, dann muss man sehen, welchen Auftrag der Wähler uns erteilt hat. Oder die Wählerin. Der Erfolg der Grünen der vergangenen 30 Jahre ist ja auch, dass viele Ihrer Themen allgemein gut geworden sind. Wie schätzen Sie das denn ein? Sind Ihnen dadurch Themen abhanden gekommen oder ist das für Sie positiv? Ja, erstaunlicherweise gibt es ja überhaupt keinen Mangel an seinen grünen Themen, obwohl sie gesellschaftlich Mainstream geworden sind. Die Grünen haben in gewisser Weise den Zeitgeist auch repräsentiert. Das gilt nicht nur für Atomausstieg und Energiewende, die großen ökologischen Kernthemen. Das gilt auch für sehr viele kulturelle Themen, die Gleichstellung von Homosexuellen oder eine andere Einstellung zur Migration, von der Abwehr zur Migration, zur Bejahung einer multikulturellen Gesellschaft. Auf vielen dieser Gebiete sind die Grünen heute mitten im Zentrum der Gesellschaft angekommen. Und man traut ihnen immer noch zu, dass sie diejenigen sind, die das Original für diese Politik darstellen und mehr bewegen können als andere Parteien. Insofern ist mir nicht bang, dass den Grünen das Stoff ausgehen wird. Aber Kritiker sagen ja auch, den Grünen ist so ein bisschen der Biss verloren gegangen. Und als im vergangenen Jahr die Piraten plötzlich Aufschwung genommen haben, haben manche gesagt, die Piraten sind die neuen Grünen. Das hat sich ja ziemlich schnell erledigt, der Hype um die Piraten. Es zeigt eben doch, dass es letztlich auf Substanz ankommt, auf programmatische Substanz. Und da haben die Grünen in den letzten Jahren sehr, sehr viel vorgearbeitet für eine neue Regierungsbeteiligung. Auch übrigens in sozialen Fragen, in Gerechtigkeitsfragen. Die Grünen sind auch eine Gerechtigkeitspartei. Es wird ihnen viel zugetraut, wenn es um Familie, um Leben mit Kindern geht, um Bildungspolitik. Man kann schon sagen, die Grünen sind angekommen. Sie sind inzwischen Teil der politischen Klasse geworden. Aber sie sind immer noch irgendwie anders. Und diese Differenz müssen sich auch bewahren. Sie müssen lebendiger, sie müssen kreativer sein. Sie müssen unbequemer sein als die anderen Parteien. Mit der Bitte um eine kurze zusammenfassende Antwort. Was ist für Sie die größte Herausforderung für die Grünen in diesem 30. Jahr? Das wäre unser großes Kernprojekt, nämlich die ökologische Umgestaltung der Industriegesellschaft. Der Weg zu einer nachhaltigen Produktionsweise. Dass wir das in den nächsten Jahrzehnten umsetzen, vor dem Hintergrund von Klimawandel und Ressourcenkrise. Ralf Füchs war das. Ganz herzlichen Dank Ihnen nach Berlin. Gerne. Ralf Füchs. Ralf Füchs. Ralf Füchs. Ralf Füchs.